Hallo liebe Helma, so ich wollte jetzt einmal ein Feedback geben über die Instant Change Methode, die mich total begeistert hat. Am Anfang habe ich gedacht, okay, das wird ja eigentlich alles nur noch viel schlimmer, jedenfalls war es bei mir so. Und ich hatte wirklich regelrechte innere Widerstände und auch so ein bisschen Krankheitserscheinungen. Ich hatte wirklich das Gefühl, in einem absoluten Reinigungsprozess zu sein. und wurde auch von Bekannten angesprochen, ob ich jetzt krank werde, weil ich sehe so schlecht aus und so blass. Und so fühlte ich mich auch. Und so fühlte ich mich auch ein paar Tage und es kamen Zweifel hoch. Also ich hatte das Gefühl, alles Mögliche in mir bäumt sich auf und will einfach die Veränderung gar nicht. Und das hörte dann aber wirklich nach drei, vier Tagen auf und es war eine absolute Klarheit zu fühlen. Und das Schönste ist, dass ich meine tiefe Traurigkeit und auch eine ganz bestimmte tiefe Angst einfach nicht mehr abrufen kann. Sie ist seitdem völlig verschwunden und dafür bin ich so unendlich dankbar. Und ich bin dankbar, in dir so eine liebevolle Begleitung gehabt zu haben. Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Es ist unbeschreiblich. Ja, und ich wünsche euch allen auch so eine tolle Erfahrung und einen wunderschönen Tag. Tschüss!